Die Staatsregierung Mayer-i, seit 10. November 1920, Bundesregierung Mayer-i, wurde von der konstituierenden Nationalversammlung der Republik Österreich am 7. Juli 1920 gewählt. Sie war eine Übergangsproporzregierung von Sozialdemokraten, Christlich-Sozialen und Großdeutschen. Sie folgte der Staatsregierung Renner III, die am 11. Juni 1920 demissioniert hatte, weil die Große Koalition wegen Vertrauensverlusts der Partner nicht mehr arbeitsfähig war. Sie wurde nach beinahe vierwöchiger Regierungskrise als unpolitische Übergangsregierung gewählt. Dabei wurde das Gesetz vom 6. Juli 1920 über die Verkürzung der Legislaturperiode der konstituierenden Nationalversammlung angewandt, das bei Nicht-Einigung auf eine Kabinettsliste proportionales Listenwahlrecht vorsah. Auf diesem Weg gelangte auch ein Vertreter der Großdeutschen in die Regierung. Wie im Gesetz vorgesehen, wurde der Begriff Staatskanzler, den Karl Renner als Vorsitzender der drei Vorgängerregierungen erhalten hatte, nicht verwendet, sondern nur vom Leiter der Staatskanzlei gesprochen. Im Hauptausschuss des Parlaments hatte man sich auf zwei Staatssekretäre, Richard Reich und Karl Pester, einigen können. Sie wurden im Plenum mit 137 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme gewählt. Weitere neun Staatssekretäre und vier Unterstaatssekretäre wurden im Stimmenverhältnis der Parteien aus Parteilisten gewählt. Bei den neun Staatssekretären entfielen von 127 abgegebenen Stimmen 59 auf die Sozialdemokratische, 50 auf die Christlich-Soziale und 18 auf die Großdeutsche Liste, so dass je vier Sozialdemokraten und Christlich-Soziale sowie ein Großdeutscher gewählt waren. Zur Wahl der vier Unterstaatssekretäre wurden 109 gültige und 13 ungültige Stimmen abgegeben, so dass je zwei Sozialdemokraten und Christlich-Soziale gewählt waren. Die Ressortverteilung hatte nach dem angeführten Gesetz nicht das Parlament, sondern die Regierung selbst zu beschließen. Die Sozialdemokraten schieden am 22. Oktober 1920 aus der Regierung aus. Vom 10. November 1920, dem Tag des Inkrafttretens des Bundesverfassungsgesetzes an, wurde die Regierung als Bundesregierung bezeichnet. Der Leiter der Staatskanzlei als Bundeskanzler, die Staatsämter als Bundesministerien, die Staatssekretäre als Bundesminister und die Unterstaatssekretäre als Staatssekretäre. Am 20. November 1920 wählte der Nationalrat als Nachfolgerin der nunmehrigen Bundesregierung Mayer i. die Bundesregierung Mayer II. Runde Klammer Bei der Wahl der Regierung am 7. Juli 1920 blieb dieses Staatsamt noch vorläufig unbesetzt. Der parteilose Experte Grünberger wurde zwei Tage später gewählt.